So, und jetzt lasse ich alles los und er fliegt einfach weg, ob es gleich ergrünes Signal hat. Ich hole ihn wieder her, lasse ich los, fliegt dann nach hinten weg. Ich lasse wieder alles los. Zuerst bleibt betracht und dann urlöschen, fängt er an zu drücken und fliegt weg und nichts machen. So, jetzt kann ich ihn nach hinten wegnehmen, bis ich gleich wieder nach hinten. Die S-Mode ist an. Ich habe mir ziemlich geh gedacht, dass es überhaupt neutral ist. So, jetzt ist er aber einigermaßen neutral. Ja, immer noch nicht ganz. Jetzt wird er dann nach hinten weg. Jetzt wird stark die Gehgelenke, dass überhaupt irgendwas macht. Jetzt wird er dann nach hinten aufgelenst. Vielen Dank.